dein Leben mehr er hat die Jahre erlernt werden genau was war das jetzt für ein Geräusch ach war das Geräusch hätte nur dadurch gewusst und dann hätte ich von da aus wieder starten können wahrscheinlich ne ja warum auch nicht das war ein bisschen doof ja sehr schön ich wusste nur von hier wieder machen oh ok alles wunderbar geschafft und weiter geht's ich kann mich auch so weit rollen ich kann mich auch auf die Decke rollen sieht sicher aus das ist zwar sehr unlogisch aber da in diesem Spiel möglich auch gut ähm wow aufpassen 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 ah nicht aufgepasst weiter 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 scheiße 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 nein das ist das da ist gerade durchgeschafft keine Art ist fertig 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 nein wenn ich weiß was denn jetzt ist das denn jetzt ist das denn die Arbeit schon ich dachte jetzt kann das ist doch behindert ihr seid doch solche ab sorry Leute aber das war das war sie aufzu ruckeln was soll denn der Scheiß böses Spiel böses Spiel wir sagen dass du Crysis ganz normal ja leck mich doch dass du Crysis in Full Size aufnehmen kannst aber himmel und tun nicht ja wenn ich dann ernst ach leck mich doch ja komm ey Leute so schwer kann das sein na für mich schon super ich liebe dieses Spiel wunderbar du bist da verklebt mich doch leckt mich doch einfach ja in your dick ass ach leckt mich ja 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 hoppa gesprung und lass dich treffen und lass dich treffen und was auch immer mach einfach so ich geh wieder unten lang unten sicherer genau wunderbar so was jetzt nicht gesagt wird ist das da oh oh ja ich weiß also hier geht mir jetzt schon wieder um Piss geht mir jetzt schon wieder um Piss für welche Altersgruppe ist dieses Spiel für welche Altersgruppe ist das Spiel für welche Altersgruppe das ist so viel Cardio ach so jetzt muss ich aufpassen man sich da auch leckt mich doch mal um um r ich schenke dieses Spiel ich frag mich für welche Altersgruppe das ist entweder ich bin zu alt oder zu du da ist es ja ich hab die richtige Röhre erwischt juhu wah ja ja vor allen Dingen vor allen Dingen äh der legt mich doch wieser was langsam kotzt ihr mich echt an ihr kotzt mich echt an hab ich einmal die richtige Röhre erwischt und dann kommt so ein Kack ne boah ja 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 halt die Fresse ah jetzt hab ich nicht aufgefasst egal es hat noch geklappt aber das ist unfair hier bin ich fertig bitte 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 ja wuuu ok speichern ja speichern ja ich mach noch eine Rolle ja eine Runde mach ich noch ja also es kommt nur auf den Schwierigkeitsgrad an ob ich nochmal mache oder nicht hilf Hühnchen Juna den Weg durch das Ellen Raumschiff zu finden natal j ja ok normale Hühnchen Mission die sind mir ja sogar fast noch am liebsten nein 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 ich will nicht mit so einem Ding fahren nein nein Leute ich brech das Spiel gleich ab alter ja nicht schon wieder so ein Scheiß nicht schon wieder so Tatsache wenn ich euch das nochmal erläutern darf ey das ist doch nein nein ich will so ein Scheiß nicht nochmal nein guck mal hier guck mal hier dieses rechts und links ne was ihr hier seht das ist das ist mit denen er nahm blocken zuerst so behindert so ein bisschen kaputt ich habe mich hier in dieser Mission mehr als dreimal sagen ich ich mache es dreimal wenn ich dreimal direkt habe dann höre ich auf also für heute und wenn ich das danach dann keine Ahnung wann ich das nächste Mal zocke wieder nicht schaffe dann könnte er mich mal kreuzweise am Arsch lecken so boah Alter diese Mission hat mich damals schon nerven war denn mit den Dingern noch mal die die zerspringen oder so wenn ich die Alpache getappt dann geht das Ding nicht aus okay ach Moment da hinten ist noch was kann ich doch drauf schießen da ist noch was in Moment ach ich glaube ich erinnere mich da AHA was bist du du bist ne Miene oder was ist die Tür schon zu und ein Tür ist nicht zu wunderbar hat auch wunderbar funktioniert wie eine schöne Luft gejagt wenn das Ding jetzt ist es war so klar es war so klar fick dich ins Knie und ich muss wieder gegen diese Monster scheiß Viecher kämpfen Wunderbar und das ist wieder in unendlicher Variation oder was wer greift mich da jetzt an ohne Kack war's das ich würde das Ding dahinter zerstören ich muss bloß jetzt zerstört sein warte 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 bumm fick in Luft ja sauber ach da schießt schon irgendwie auf mich wunderbar Okay, Jesus. Wunderbar. Oh, nee. Könntest du dich mal danken? So. Ah. Oh, Leute, es sind ja ernst jetzt. Jetzt aber. Komm schon. Ja, bitte. Ja, und ich werde direkt beschossen, natürlich. Ich glaube, es ist auch sonst keiner Hobby, oder? Wow. Ja, und schon kommt neue. Wunderbar, wunderbar. So habe ich es gern. So habe ich es gern, Leute. Au. Und da ist einer. Ich sehe dich. Oh, ich treff' dich mir nicht. So, jetzt habe ich dich getroffen. Wunderbar. So, was ist jetzt? Ja, natürlich. Ey, Leute, ich bin noch rein zu verarschen. Aua. Oh, lag, ist mir doch egal, das ist jetzt lag. Kann ich nichts gegen machen, das ist mir leid, Leute. Kann kurz noch eine Neuaufnahme versuchen, aber ansonsten. Wie azi ist das denn, äh, wie azi ist das denn, wie azi ist das denn? Muss ich eine gewisse Anzahl von denen, ja, ich muss anscheinend eine gewisse Anzahl von denen kriegen. Und ich hab' immerhin gerade hinter das Prinzip von denen. Da kommt noch einer raus. Oh, ja. Ha. Wunderbar. Ein Kontroll... Ein Kontrollpunktzeichen ähnliches Ding. Oh, man. So, und nochmal. Ja, ja, ja. Piep du mal vor dich hin. So, war's das? Ja, das war's. Wetten, ich werde dir geblitzt. Ich könnte es wetten. Nein, ich werde nicht geblitzt. Das ist ein Wunder. Ja, natürlich. Dann hätte ich dich nicht verahnt. Okay, ich glaube, ich weiß es langsam. Die Dinger können drei Dinger neu herstellen. Die Lämpchen verraten mir das. Aua. Können drei neue herstellen. So, jetzt noch zwei. Ja, 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 ja. Ich komm' hinter das System. Kichaha, in your face und so. So, jetzt noch eins. Oder? Ja doch, der ist tot. Ach, da kommen zweimal drei raus. Das ist ja arschig. Hä? Ach, nee. So muss ich ernsthaft das Ding dagegen lassen. Lol, wie geil. Interessanter Einfall. Find ich gut. Allerdings find ich hier, äh, das ganze Zeug so richtig. Ich hab schon scheiße. Oh, ich muss hier ganz schnell weg. Boah, ist nicht dein Ernst. Auch in den Kack. Alter Schwede. Jetzt. Ja. Sauber. Spiel abgestürzt. Wunderbar. Spiel abgestürzt. Also, ich muss hier, äh, das ganze Zeug. 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 Ich muss hier, äh, das ganze Zeug.